Ja, aber es sind doch ganz andere Probleme, ja, ganz andere Probleme. Ja, ich denke da an ganzen verwundeten Ideen meiner Mitspieler, die schreien müssen, die nichts sagen würden. Ja, das ist eine Situation. Wir haben ja auch ein Mittelteil ausgeübt. Puh, und sicherlich, vielleicht ist die Wissen Angst? Nein, das ist ganz was anderes. Wenn man tagtäglich mit so jungen, gut trainierten Kollegen sucht oder im Hotel, ja, da werden auch, oder ich kann mal sagen, wahre Freunde. Äh, also wenn ich, wenn ich die Wissen nicht interpretiere, äh, äh, bin ich hingezogen zu deinem Geschlecht. Und uns mit einem nicht direkt gesehen, sondern was ein anderer hat, so ähnliches, Mauern, oder so. Ja, mein Mannschaftskameran ist allen so, in der Nationalmannschaft, allen. Im DFB sowieso, beim FC Bayern auch, überall. Ja, ich denke, wenn aber du dich ja verheiratet bist, ich meine, du hast eine Frau, oder nicht nur eine, das meine, sehr, aber shockerefreundlich hat sie eigentlich gekoppelt. Also, ja, ich arbeite bei Marketing,Es bei Marketing-Trägen, Ja? Der ist ja, der Jogi Löw auch. Das nervido, ich sage, ja, auch, join-immer. Mal..... ... ... ... ... ... ... ... ... Nach einer ganzen, ganzen Geschichte, wo die jetzt vor Dortmund zum Beispiel hat, wo die jetzt keine Nachricht tun, die jetzt hier zur Skullgut kommen. Das weiß ich auch ganz, 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 ganz. Ich glaube, dass die jetzt auch... Vielen Dank. Vielen Dank.